Unglaublich! In einer schockierenden Enthüllung zeigt sich eine massive Diskrepanz zwischen den Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Verteidigungsminister Boris Pistorius bezüglich der Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine. Diese brisante Entwicklung wirft ein grelles Licht auf die Uneinigkeit innerhalb der deutschen Regierung und den Umgang mit der aktuellen Krise in der Ukraine. In den letzten Wochen gab es Berichte darüber, dass US-Präsident Biden der Ukraine erlaubt hat, amerikanische Waffen nicht nur zur Verteidigung ihres eigenen Territoriums, sondern auch in Russland einzusetzen, insbesondere in der Region Charkiv. Dies löste eine Debatte über die mögliche Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine aus, um deren Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Am 30.05. gab es ein Interview in den Tagesthemen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sich vage äußerte und die Möglichkeit einer deutschen Waffenlieferung nicht ausschließen wollte. Er betonte jedoch, dass etwaige Vereinbarungen geheim gehalten werden müssten, um strategische Gründe nicht zu gefährden. Gleichzeitig äußerte sich Bundeskanzler Scholz in einem Livestream zu einem ähnlichen Thema und lehnte die Idee einer deutschen Beteiligung an Waffenlieferungen deutlich ab. Er betonte, dass Deutschland sich nicht an der Neutralisierung russischer Objekte auf russischem Boden beteiligen werde. Dennoch, weniger als 24 Stunden später, gab die Bundesregierung grünes Licht für den Einsatz deutscher Waffen gegen militärische Ziele in Russland. Diese drastische Kehrtwende wirft Fragen auf. Hatte der Bundeskanzler eine plötzliche Änderung seiner Position oder gab es interne Uneinigkeiten, die zu diesem Wortbruch führten? Die jüngsten Ereignisse um die deutsche Position zur Waffenlieferung an die Ukraine werfen ein grelles Licht auf die Uneinigkeit und mögliche Unklarheiten innerhalb der Regierung. Die Diskrepanz zwischen den Aussagen von Scholz und Pistorius wirft ernsthafte Fragen darüber auf, wer die tatsächliche politische Linie in dieser Angelegenheit bestimmt. Angesichts der Dringlichkeit und Sensibilität der Situation in der Ukraine ist es entscheidend, dass die deutsche Regierung eine klare und kohärente Politik verfolgt, die den besten Interessen aller Beteiligten dient. Hier liegt im Ruhmland. vịt